Ich sage Ihnen das so, dann sind Sie vielleicht auch zufrieden. Das sind Viertel-Wahrheiten, Halbwahrheiten, Achtel-Wahrheiten und so weiter. 16-Till, 32-Till. Aber die Tatsache ist, ich bin verharmlost. In Wirklichkeit bin ich noch viel schlimmer. Ach so. Ja, natürlich. Na ja, dann haben wir doch. Total verharmlost. Ich habe ja gesagt, wir finden einen Kompromiss. Aber das war ich nicht. Und das ist das gemeine. Aber Sie sind eigentlich schlimmer Mensch. Das haben Sie ja gerade zugeben. Ja, auf jeden Fall bin ich schlimm. Total. Viel schlimmer als das, was ich vorlese. Viel. Viel. Viel.